Musik So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Titanfall 2. Diese haben ich, der Elia und der Malte zusammengespielt. Die Folge war mal wieder richtig Standard-Standard von Ausrüstung her zumindest. Also Ronan, Car und Grapple und natürlich der Feuerstern. Mein OG-Ultra-Super-Standard-Ausrüstung, die ich vor allem auf der Map, die wir hatten, eigentlich immer spiele. Inzwischen jetzt in letzter Zeit spiele ich auf das Alternator als Hauptstandard-Waffe, sage ich mal. Und versuche auch ein bisschen mehr Kraber und G2 zu spielen, aber ansonsten mit Car ist so mein Komplett-Standard-Loadout. Aber die Runde an sich war jetzt nicht allzu schlecht, war jetzt aber auch nichts Ultra-Gutes oder sowas. Aber da waren ein paar nice Szenen dabei, vor allem am Anfang, als dann das gegnerische Team seinen ersten Titan hatte. Da hatte ich schon Dodging-Skills, die waren schon fast auf Matrix-Level, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, seht selbst und noch viel Spaß mit dem Video. Wieso ist Hover drin? Warum the fuck habe ich Hover? Oh, ich auch. Ah, weil ich Resetet hab. Ah, ja. Hier, glaube ich, darf ich lieber Kaffeln. Hm, wir werden ziemlich zerstört, Leute. Nee, Alter, ich geh nicht. Was? Wie wurde der mir gestohlen? Oh, ein Scheiß. Mein schöner erster Kill, so gut, so scheiße gestohlen. Ich hab noch keinen Kill. Ich auch nicht. Malte hat einen. Ich hab einen Kill? Ja. Malte ist heftig, Alter. Wie hab ich einen Kill? Ich weiß es nicht. Wie hab ich keinen? Oh, Pilot-Assist. Oh, ich hab einen. Oh, der Dude hat schon seinen Titan hier. Ah, ein Ton auch noch. Alter, nee, Mist, auf der Man kann ich nicht. Ich soll Softball probieren, Leute. Ich mach auch grad Softball. Ich probier Softball. Ich nicht, Alter. Ah! Nein, geh weg! Oh, nein! Ah! Wie hat er mich nicht erwischt? Ja, gib mir deine Batterie. Vielen Dank. Das muss ich nur noch lang genug überleben, dass mein Titan kommt. Aber wo ist mein Titan? Wo landet der, Alter? Nein! Oh, was? Wie hab ich so lang überlebt, Alter? What the fuck? Wo ist mein Titan? Hä? Hä? Da hinten steht der. Ich bin aber selber gestorben. Wieso hast du deinen Titan schon? Ich weiß es nicht. Ich glaub, weil ich den Typen die Batterie gezogen hab. Ah, okay, gut. Ich dachte mir grad schon, Hä? Du hast doch gar nichts. Hm. Alter. Der Tone ist schon doomed. Ja. Der, 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 der Dings ist zurück, der Tone. Oh Gott. Komm her, Monarch. Stirb bitte. Ich werde halt irgendwie das Spiel verlassen. Jetzt glaub ich kein Bock mehr. Das war niemand von uns. Wer schießt denn da auf mich? Von da oben, irgendwie. Sind noch die anderen Titans? Ich. Okay, dann nicht. Ich wollte eigentlich weg sein, aber... Oh, das snackt, dass ich die Titan-Kills für Ehre. Ja. Ich bin trotzdem ganz unten. Oh, oh, da war ja ne Falle. Ah ne, ne Tick. Ich dachte, das wär so ne Dingsfalle gewesen. Nein, Falle. Da unten waren sie alle drin, Alter. Die kleinen Lümmel. Guter Comeback. Was machen die denn hier alle? Nein. Oh Mann. Die haben wenigstens keine Titans mehr. Oh, ich hol die Batterie da. Hat irgendwer von euch noch Titan? Ja. Ja, ich. Will wer ne Batterie... Aber ich glaub, Elis kann es tenenteil... Nee, Elis kann es genauso schlecht gebrauchen wie ich. Gib mir einfach erst mal. Habe ich jetzt auch Titan und ich wohne den Charmere da hinten? Nein, jetzt hab ich Core. Der hat so einen Witz, der Fick. Hier ist ein Monarch. Oh, wie ein Held. Oho, der war gestaubt. Der war richtig gestaubt. Hä? Ich hab doch E gedrückt. Was soll denn der Scheiß, ey? Oh, fuck mir. Da ist ein... Tone. Ach, das ist ein feindlicher Scorch. Oh Mann, bin ich dumm. Ich glaub, das wär irgendjemand von uns. Hä? Ich dachte, da war niemand... Alter. Der hat doch Invisibility-Hack. Weil es ja nicht so ne Fähigkeit gibt, mit der man irgendwie für Titans nicht sichtbar ist. Fuck. Dann farm ich jetzt weg, das. Alter, ich hab grad Spanien seinen ersten Scheiß-Kill gegeben. Was, du Fick? Ich hab drei Kills, also... Alter, ey. Ich hab so... Oh. Guck mal, die haben... Die haben vier Titans. Ja, Alter. Ja, wir haben echt nur Bullshit. Ja, Spitfire Grunt. Hier. Was bin ich für'n Penner? Ja, die benutzen Spitfire. Das ist halt OP. Nein! Ah. Tixi, Diku. Die sind ja überall, Alter. Na, ich sollte ja auch wohl eher Thunderbolt nehmen. Oh, fuck. Das... Das war feindliches Zeug. Was? Hä, da war doch niemand. Wieso hörst du den Scheiß nicht? Wahrscheinlich stirbt mein Titan jetzt, weil ich nicht rechtzeitig hinkomme. Ah, geil. Ich spawn natürlich wieder perfekt. Fuck mir, okay. Ähm, jetzt hab ich ne Batterie, die ich ihm geben kann. Ich geb's ihm mal dir, Malte. Ah ne, dann geb's dir dem Typen. Der braucht je mehr. Hä? Der hat mich jetzt nur nicht getötet. Könnte sein? Alter. Alter. Alter, Tone ist so laut, wenn man auf dem drauf sitzt. Ich weiß, das ist schlimm. Der ist übelst laut. Ah, die anderen nicht. Das ist richtig komisch. Oh, fuck mir. Wo ist der hin? Oh, fuck. Hier sind alle. Oh, Alter. Oh, Alter. Okay, jetzt hol' ich meinen Titan mal. Jetzt haben wir alle Titans. Jetzt unsere Chance, Punkte aufzuwollen. Wo ist der andere? Ja, geil. Guck mal, da ist der da oben. Hässlicher Kackmixer. Da oben, Alter. Ja. Ja, er ist tot. Gut. Von wo, Alter? Kann halt Frontsoldaten, die gehen auch. Ja, Alter. Da läuft mir der Mal erst mal vor's Gesch... Vor's Gesch... Ja. Jo, wir stehen hier alle in dem Scheiß. Jo, ich hab... Oh, da ist jemand drauf. Ja. Da hab ich noch abbekommen. Ich glaub, das war... Der war auf dir, oder? Ne, du bist der Schwarze. Was ist? Oder haben wir überhaupt auch einen anderen Scorch? Weil dann war's das doch du. Jo, du blockierst Edis. Du bist zu fett. Ja, geht halt weg, ihr. Was will ich? Blockier! Ja, du bist fett. Da ist einer mit einem Ding drin. Gute Beschreibung. Oh, da wurde weggesniped. Spanien ge... Ja, ich hab den weggesniped. Heftig. Ich geh, glaub ich, mal da hinten rein. Oh, ja, ich bin nicht. Ja, geh mal woanders hin, bitte. Ja, Entschuldigung. Alter, ich muss mal irgendwie mit so nem eigenen Arter töten. Das ist so dumm. Das ist cool, ja. Ja, ich konnte mal wieder niemanden töten. Da gibt's jetzt noch nen Ronan, ne? Wie? Habe ich den nicht bekommen, alter? Da drin ist ein Typ irgendwo. Oder ist der jetzt schon tot? Ja, der ist schon tot. Er ist tot. Ach, das ist unser Reaper. Reaper. Reaper, du blockierst nicht. Da ist noch einer hinter der gelandet ist. Alter, ich bin fast tot. Hier ist doch noch einer! Okay, der Ronan hier hinten, macht der auch noch auf, ja. Weg mit dem. Alter, jetzt, jetzt, jetzt gehen die aber weg. Komm, holst du den noch? Den holst du noch, ja. Was? Da kommt noch nen Titan. Oh fuck, der ist voll. Nein, das ist tot. Leute. Das ist aber grad ein guter Run. Wir können nicht viele Leute töten. Wir haben sogar gut aufgeholt mit den Punkten. Haben wir tatsächlich, alter. Das könnten wir jetzt noch gewinnen. Wäre jetzt zu dumm anstellen schon, ja. Scheiß Reaper. Wie? War das nicht mein Kick? Was? Da war halt nichts, ey. So ein Bullshit. Alter, was mach ich eigentlich? Bin ich komplett dumm, oder was? Nein, Reaper! Ja, die haben aber drei Titans. Ja. Geil. Fuck. Nein. Das war sehr durcheinander. Yay. Ich hab ihn noch abgeteilt. Du, Alter. So, wie voll ist der Rhone? Ja, der... Dings war da noch einer? Ja. Da in dem scheiß Schild, wie kann der Kackmonat mich trotzdem fühlen. Ich find das immer so nice, wenn man Ronan spielt. Die Tones erwarten immer nicht, dass die... Äh, 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 die Arcwave den Schild komplett weg macht. Ist so. Die denken immer, hinter dem Schild sind sie sicher. Und aber sogar ein stark verstärktes Schild macht die Arcwave ja komplett weg. Was für ein Bullshit? Was? Ja, den finish ich noch. Der ist halt sowas von nicht erwartet. Der hat sich noch so ungewöhnlich gehört. Was ist da und dann hast du schon gefinished. Scheiß Reaper. Das Schiff ist abgelaufen. Die sind unnötig. 27 Kills. Ja, das ging. Ja, 7 Kills. Das ging. Mir fehlt noch eine 2. Hä, aber wie wäre da eh das unter dir? Du hast mehr Titan Kills bekommen oder was? Ich konnte nicht einen abstauben und die Titans die ganze Zeit nur ein Verrecken gewesen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.